Die japanische Gruppe eröffnet das Finale, und zwar ist es das Finale mit zwei Reifen und drei Bändern. Ist auch eine tolle Kombination. Ja, es macht aber sehr schwer, also die drei Bänder, sehr schwierig mit den zwei Reifen. Kann sich öfters verhaken. Diese Kombinationen werden die immer wieder neu zusammengestellt. Zwei Jahre bleibt ein Handgerät und dann kommt immer wieder Neues dazu. Wie jetzt letztes Jahr den Ball und jetzt dieses Jahr die Keulen. Und auch, das ist willkürlich und nicht willkürlich, aber das ist immer bunt zu mischen. Ja. Also man könnte jetzt auch drei Reifen nehmen und zwei Bälle. Genau, gab es auch schon. Mit den Bändern sieht es lebendiger aus. Ja. 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 Kleiner Fehler. Ja. Ja. Schöne Gestaltung, toll. Schöne Gestaltung, toll. Toller Abwurf im Bogengang. Da ist viel, viel Einfallsreichtum gefragt, gefordert von den Choreografen. Das waren die Japaner aber schon immer, originelle Teile. Japan wird auch...